Ich will heute Gitarre spielen. Ich will wandern gehen, aber es regnet. Ich will wandern gehen, aber es regnet. Martin und Julia, hört ihr jeden Tag Jess? Hört ihr? Ich will wandern gehen, aber es regnet. Ich will wandern gehen, aber es regnet. Ich will wandern gehen, aber es regnet. Peter und Anna, hört ihr oft Jazz? Max und Maria, hört ihr oft Jazz? Gern Jazz, Max und Maria, hört ihr, ich höre nicht gern Podcasts, nicht höre, Willst du Jazz hören? Willst du Jazz hören? Morgen, Joggen, Gehen Meine Mutter Meine Mutter spielt sehr Meine Mutter spielt sehr gern Videospiel Meine Mutter spielt sehr gern Videospiele Willst du Jazz hören? Meine Mutter spielt sehr gern Podcasts Mein Mein spielt sehr gern Videospiele meine Mutter spielt sehr gern Videospiele 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 Guten Tag, wie ist Ihr Name? 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 Hallo! Ich möchte einen Termin machen. Mein Termin ist um 16 Uhr. Um wie viel Uhr können Sie kommen? Um wie viel Uhr können Sie kommen? Um wie Uhr. Um wie viel Uhr ist Ihr Termin? Um wie viel Uhr ist Ihr Termin? Hallo! Ich möchte einen Termin machen. Frau Merkel, Ihr Termin ist um 16 Uhr. Uhr. Guten Ich möchte einen Termin machen. Das Krankenhaus ist bis 17 Uhr geöffnet. 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 Das Krankenhaus ist bis 18 Uhr geöffnet. Das Krankenhaus ist bis 18 Uhr geöffnet. Das Krankenhaus ist bis 18 Uhr geöffnet. Sie kommen. Das Krankenhaus ist bis 17 Uhr geöffnet. Das Krankenhaus ist bis 17 Uhr. Das Krankenhaus ist bis 17 Uhr geöffnet. Das Krankenhaus ist bis 18 Uhr geöffnet. Du? Wo, wo, wo arbeitest? Du? Wo arbeitest du? Mein Partner ist Deutscher. Meine Mutter ist Amerikanerin. Wo arbeitest deine Tochter? Arbeitet deine Tochter? Arbeitet meine Mutter ist Amerikanerin. Sandra ist Amerikanerin. Und sie spricht Türkisch. Meine Oma ist Deutsche und mein Opa ist Amerikaner. Meine Oma ist Deutsche. Mein Bruder ist Deutscher und er arbeitet in Bonn. Martin ist Deutscher. Martin ist Deutscher. Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Kanada. Du bist Deutsche, aber du arbeitest in Kanada. Mein Sohn ist Amerikaner und er arbeitet in Mein Sohn ist Amerikaner und er arbeitet in Wien Mein Sohn ist Amerikaner und er arbeitet in Julia ist Deutsche und sie arbeitest, arbeitet in Frankfurt Arbeitest du im Sommer, arbeitest, 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 du im Sommer in Zürich? Martin ist Deutscher